Die Inflation ist so verdammt hoch und deswegen empfiehlt dir die größte deutsche Tageszeitung heute, kündige deine alten Kapitallebensversicherung oder leg sie zumindest still. Meine Meinung dazu, ich finde diese Empfehlung sehr, sehr gefährlich. Natürlich, eine Kapitallebensversicherung hat am deutschen Markt heute nichts mehr verloren. Das ist ein Produkt aus der Vergangenheit und wird dir auch keiner mehr auf den Tisch legen. Aber wenn du mal was abgeschlossen hast und das jetzt zu kündigen und vielleicht für ein tägliches Leben zu verwenden, ist sehr gefährlich, weil wir eine hohe Altersarmut kriegen werden. Und ich bin froh, wenn die Menschen wenigstens irgendein Geld bekommen, wenn sie später ein Problem haben mit dem Kapital, als wenn sie gar keins haben. Deswegen berate ich mit deinem Finanzberater, bevor du aufgrund so eines Artikels jetzt eine Entscheidung triffst, wie du so alte Produkte in dein Leben einbetten kannst. Einfach was zu tun, in der Hoffnung, dass was Besseres daraus rauskommt, das hat noch nie funktioniert. Und Inflation gab es auch schon immer.